Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Wind of Luck Arena. Begrüßen an Bord darf ich Rewano. Servus. Hey, grüß euch. Ja, man merkt schon, dass du hast dich ja bekämpfen, bekämpfen. Ja, sicher. Ich bin auch schon ready. Ich habe eh kein Geld. Ich will nämlich endlich meine 400 Ruhm haben oder 450. Dann hole ich mir ein neues Schiff, liebe Leute. Weil ich meine, es ist ein tolles Schiff, so keine Frage. Aber diese nach vorne Kanonen und nach hinten. Jetzt möchte ich mal wieder an der Seite ein bisschen Schaden verursachen. Ja, ich... Da haben wir ganz recht. Ich verteile mir gerade schon meine Punkte, die ich bekommen habe. Genau, und dann legen wir los. Sagst du Bescheid? Jawohl, das dauert nicht lange. Das geht ratzfatz. So, Herrenjagd. Sehr schön. Bewaffnung. Karonade. Verbesserte Steuerung oder... Ach, Karonade ist immer gut. Ich brauche Feuerkraft. So, gut. Das war es sogar schon mit den Skillpunkten, sehe ich gerade. Alles andere passt soweit. Klicken wir auf Schlacht, oder? Sagst du? Ich würde sagen, klicken wir auf Schlacht, ne? 3, 2, 1, go. Jawohl, genau. Trinke ich mal noch einen Schluck, ja? Liebe Leute, ihr wisst ja, ich brauche auch rum. Mit einer Brüttel rum in die Schlacht. Oh, yes. Gib mir eine Flasche Bude rum. Und dann geht's ab hier in der Bude. Ja, ohne Zillewasser geht nichts, ne? Eben. So, drück mal die Daumen, dass wir jetzt endlich mal im Team sind. Sonst kriege ich wieder so einen scheiß Katapult ab und dann war's das. Sorry, es tut mir echt leid, dass ich es so schnell ausradiert habe, aber... Das habt ihr gerade in die Finger gejuckt. Das ist halt schon eine coole Sache mit den Katapulten. Die Gatlin, muss ich sagen, die gefällt mir jetzt nicht so besonders, weil man zu nah ran muss. Aber naja, gut. Das ist Dicken Gold. So, wir sind mal wieder nicht im Team, war ja klar. Weil wir zu gut sind. Der Level 8er, weißt du? Jetzt wird er hier Level 8 schon, ihr merkt's schon. Er steigt ohne Ende. Aber mit diesem Schiff ist es auch sehr schwer, Punkte zu holen, finde ich. Ich weiß nicht, kann ja sein, dass einer hier mit vielleicht noch besser spielt. Natürlich ist ja kein Problem, kann ich mir gut vorstellen. Aber ich gebe mein Bestes und dann werde ich mir später wieder so ein Seitenballerschiff holen. Freue ich mich drauf. Das ist auf jeden Fall finde ich persönlich angenehmer. Aber diesmal haben wir eine schwache Gruppe. Alles so Level 3er und 1er und 2er, das ist schon mal gut. Und nicht wieder... Ja, das andere war ja zu überpowern. Level 8, Level 45, 47 und sowas. Kein Wunder, ey. Die machen einen Schuss so, dann geht die Kugel freiwillig durch mein Holz und sinkt mein Schiff. Okay, ich werde jetzt anders fahren, weil der Wind ist echt scheiße. Ah, wenn der Wind ein bisschen hinter mir kommt, dann geht's mir schon besser. Fat Cat Blurmy. Aha, hallo? Becky, hier kommt die Black Pearl. Ah, da hinten sind schon die ersten Feinde, die Bösewichter. Mal schauen, was wir hier so raushauen können. Ne, ist hier noch kein Schiff. Oder? Doch, wer ist da? Doch, das ist auch ein Feind. Das ist auch ein Feind. Okay, jetzt muss ich mal gerade gucken, bringt es mir überhaupt was, wenn ich da wieder alleine hinrenne? Wahrscheinlich nicht. Deswegen gehen wir jetzt erstmal hier lang. Oh, ein Schiff will euch direkt schon gesungen. Oh, zwei sogar. Oh, das fängt ja schon wieder gut an. Ah, ich sehe da wen. Das wollen die Leute sehen, das ist Ravano. Duell gegen uns beiden. Ja, die wollen uns, ach da bist du ja, ja, ich sehe schon. Ach ja, es gibt so viele davon. Aua, hau ab. Hau ab. Seitenschuss, seitenschuss. Dö, 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 dö. Boah, mein Schiff ist auch. Wahnsinn, ey. Boah, voll getroffen. Na, aber ich habe dir nur zwei Kuhleute geklaut, oder? Ja. Das ist komisch, ey. Manchmal macht es übelsten Schaden und manchmal senkt es sich so nach dem Motto... Nö. Nö, heute nicht. Aber es ist scheiße, weil es ist kein Schlachtschiff. Weißt du, wie ich meine? Ich habe irgendwie... Im Endeffekt habe ich gar keine Chance gegen dich. Ich kann nur mein Bestes tun abhauen. Ja, das ist das Einzige, was ich machen kann. Mit dem Wind kann ich davon segeln, ja. Hast du mich verwischt. Sehr schön. Boah. Haha, das war knapp. Ja, war ganz bitter, ja. Also, jetzt muss ich mal gucken. 100 Schaden habe ich jetzt mal gerade gekriegt. Warum? Einfach so aus Spaß, du was? Der Wahnsinn, ne? Aber schnell bist du, muss ich sagen. Ja, das ist wohl wahr. Das Problem ist leider... An die Segel, man will Gas gehen hier. Das Problem ist... Ah, jetzt kommt es. Das Problem ist, dass... Keiner von meinen Jungs hier ist. Ich werde jetzt hier die ganze Zeit gejagt und verfolgt. Kann ich nur versuchen, mit übelsten Highspeed abzuhauen. Und ja, mehr kann ich eigentlich gar nicht versuchen. Ja, das ist richtig. Und ja, das war es eigentlich schon für mich. Oh, das war leider daneben. Aber nur ganz, 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 ganz wenig. Naja, ganz wenig. Das ist schwierig, ja. Das war nur eine halbe Schiffslänge. Aufhörungen, ich brauche Wind. Oh, dieses Ufer ist so knapp an mir vorbei. Scheiße. Ich habe kein Bock, dich zu kämpfen. Hau ab. Ich kann nicht. Ich treffe nämlich nicht mit dem Scheißschiff. Und er redet mir die ganze Zeit hinterher, ey. Und... Oh, das war ein großer. Das war schön. Jetzt den da vorne noch einen abdrücken hier. Komm, komm, komm. Oh, du Drecksack. Und der will bestimmt mir eine geben. Ach, scheiße, der Wind. Ach, komm, leg mich. Oh, der andere doch. Der hat mich getroffen. Also, das mit dem Wind geht mir am meisten im Sack hier. Ihr merkt das schon. Es ist echt nicht einfach. Ja, man muss genau gucken, wo das Segel sitzt. Jetzt gebe ich wieder High-End-Gas hier. Ja, jetzt kommen sie, jagen mich. Aber jetzt hat dein Kumpel nicht abgeballert. Ist auch ganz nett, ne? Wenn man solche tollen Freunde hat, die einen dann einfach eindrücken. Oh, das war knapp. Gut, dass ich Speed habe. Doch, tatsächlich. Jawohl. Ach, das ist ja wirklich ein Nahkampf-Deluxe hier, muss ich sagen. Okay, bitte drehen, 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 drehen. So, ich gebe Gas. Jetzt seid ihr weg, ne? Du bist immer noch auf meiner Fährte. Ah, gut, gut. Ah, das ist scheiße, wenn du mich rammst, dann kann ich nichts mehr machen. Hau ab. Geh weg. Mann, 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 der Wind, der nervt. Dass der jetzt schon wieder gegen mich ist. Ah, jetzt muss ich mal gerade ein bisschen drehen hier. Oh. Er schießt und schießt und schießt. Oh, du hältst aber auch gut was aus, muss ich sagen. Oh, schade. Oh, schade, 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 schade. Scheiße. Oh, jetzt hängt er erstmal fest. Gefällt mir. Mir gefällt aber nicht, dass ich keinen Wind habe. Das gefällt mir auch gar nicht. Nee. Muss ich mal gucken, dass ich mit meinem Kadaverkörper mich hier ein bisschen drehe. Das ist ja auch gerade richtig bescheiden. Oh, gut, du bist eh der Letzte. Du wirst jetzt eh gleich gejagt. Ja, denke ich auch. Oh, was ist das denn? Oh, da ist die Küste im Weg. Das ist nämlich, wenn man die ganze Zeit nach hinten guckt. Komm, gib Gas. Mein Gott. Ja, ich habe gerade den Wind wieder auf jeden Fall gegen meiner Seite hier. Ah, da kommen schon die anderen. Naja, wenn ich der Letzte bin gegen alle, da werde ich wahrscheinlich als Scharfschützenboot werde ich da keinen Spaß haben. Aber es ist krass, dass mein Team die ganze Zeit verliert. Und ich kriege dann gar keine Erfahrung. Das ist so kacke. Und er jagt mich hier. Ja, ich glaube, das war es. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Gut. Komm, ich will den allen wenigstens noch einen reindrücken. Ach, scheiße. Ja, ich habe wenigstens ein Schiff zerstört. Hey. Ja, super. Ich bin richtig glücklich darüber. Ich glaube dir das. Ja, also wenn jetzt die nächste Runde geht, jag ich nicht vorzugsweise dich. Dass du auch mal hier vorwärts kommst. Aber das ist so verlockend. Das ist so verlockend. Es tut mir leid, Jungs. Es ist zu gut. Naja, das war schon jetzt. Aber ich habe ein bisschen mehr bekommen jetzt. Weil ich dich getroffen habe. Aber es reicht leider nicht. Wie viel hast du jetzt bekommen? 200, 300 von den Piaster. Ruhm habe ich nur 16 bekommen. Also nicht gerade die Welt. Jetzt muss ich mal gucken. Das Katapult. Ach, das kostet auch so viel. Ne, das sparen wir noch lieber, liebe Leute. Jetzt müsste ich jetzt mal ganz kurz mal neugierig. Also ich bräuchte 8150 Piaster. Die hätte ich. Und 1450 Ruhm für die Stufe 3. Alles klar. Um das freizuschalten. Also nur um das freizuschalten. Öffnen. Genau. Jetzt brauche ich dieses Geld. Alles klar. Gut. Ich würde sagen, wir machen jetzt gar nicht lange rum. Ja. Gingen wir direkt wieder auf Schlacht, oder? Genau. 3, 2, 1, go. Und drückt euch jetzt bitte die Daumen, dass es jetzt klappt. Das wäre echt so cool. Ich bin mal wieder mit Rewano, nicht gegen Rewano. Ja. Das wollen wir mal wieder ein paar Leute versenken, ja. Und? Es gäbe es doch gar nicht, oder? Oh, Mann. Das ist halt die Frage hier mit der Gruppe. Ob wir nicht mehr irgendwie eine Gruppe bilden können. Ja. Ich habe jetzt eigentlich gehofft, weil ich habe mir immer testungsweise für 1,99 Euro 750 Gold gehofft, um mein Kapitänskonto und ein Admiralskonto zu ändern. Leider ist bis jetzt das Geld noch nicht angekommen. Also ich habe bis jetzt noch nichts gutgeschrieben bekommen, weil ich habe dann die Hoffnung, dass ich dann eventuell eine Gruppe bilden kann und dich dann auch einladen kann. Weil so kenne ich das in vielen Spielen. Zum Beispiel World of Tanks ist ja auch so, du kannst mit zwei Leuten eine Gruppe bilden. Drei Leute können nur, wenn du auch einen entsprechenden Premium Account hast. Okay. Sollte ich mir vielleicht auch mal anlegen, dann kann ich da schon was machen. Ja, bis jetzt müssen wir das Geld ankommen, wenn ich das so einen übers Ohr hauen. Deswegen erstmal abwarten. Und schauen. So, ich bleib jetzt mal bei meinen Jungs hier. Ich hau gleich mal ab hier, weil das ist mir gerade ein bisschen zu... zu viel. Ich freu mich gerade von meinen ganzen Jungs hier rumdumpeln, aber okay. Ah, seht ihr schon wieder. Da ist er, Jungs. Da ist er. Da seht ihr ihn. Seht ihr? Hehehe. Mit Robert. So, Master, da hält wieder einer, ja, aber ich will nicht alleine campen. Boah, ich brauche unbedingt neue Schiffe. Ja, ich muss unbedingt, das wird nachher echt mein Prioritätsziel. Es macht schon Spaß mit dem, keine Frage, aber es ist einfach ein von Weitem hinten drauf Ballern, dieses ewige Zielen und so einfach an der Seite vorbeituckern und einmal volle Breitseite zu geben, ist einfach, gefällt mir einfach noch besser. Muss ich einfach gestehen. Oder so ein Schiff, das an allen Seiten Kanonen hat, das wäre natürlich auch episch. Ah, sehr schön. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht mein Schiff hier einen reindrück. Ja, getroffen. Und dann kriege ich immer nur drei Gruppenmitglieder. Das ist so scheiße. Ich habe volle Ladung abgegeben. Was für Munition hast du geladen? Ich habe immer die gleiche trainiert, die normalen Kugeln. Okay. Die normalen, schönen, hübschen Kugeln. Ich habe gerade gesehen, wenn man Seitenschiffe hat. Bamm, wieder einen rein. Mit Q kann man nach links rüber gucken und mit E kann man nach rechts rüber gucken, wegen Schießes. Ja, stimmt. Das ist eine gute Information für Star, wenn wir dann auf jeden Fall mein Seitenschiff haben. Genau. Dann brauche ich nicht mit der Maus so schnell drücken wie so ein Halbverrückter. Kann ich dann nochmal so machen. Naja, ich habe auf jeden Fall getroffen, zwei Schiffs schon, aber dann manchmal auch nehme ich dann immer nur so wenig ab. Manchmal nehme ich mehr ab. Das ist wirklich ein Hexenwerk. Aber BOMM! Hinten noch einen. Ich hoffe, ne, drei Mitglieder. Aber der ist tot. Oh, oh, oh. Kommt ein Captain, 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 Captain. Leif, 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 leif. Fahr, 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 fahr. Oh. Das war gut. Hey, lol. Der ist gerade voll an mir vorbeigebreddert. Die Runde sieht auf jeden Fall schon mal besser aus für uns. Muss ich einfach mal gestehen. Das ist auch mal wieder notwendig, dass ich gewinne hier. Ist einfach so. Ja. Und jetzt gebe ich Gas. Und jetzt werde ich den einen reindrücken. Hier. Ist mir scheißegal, was das für einer ist hier. Aber der kriegt sie jetzt. Der kriegt sie jetzt. Der kriegt sie jetzt. Und! Ah, doch getroffen. Getroffen habe ich ihn. Ich glaube, zwei, drei Leute habe ich ihn wieder geklaut. Hier da oben ist er. Kennt ihr den? Kennt ihr den? Hä? Kennt ihr den? Nein, er kennt ihn nicht. Kennt ihr diesen? BOMM! Ich hoffe, der hat getroffen. 302, oder? Ne, war ich das jetzt? Oder hat der getroffen? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall wollte ich jetzt, dass du Schaden nimmst. Ganz viel davon. So, jetzt muss ich mich mal drehen hier. Mit meinem Halb-Kadaverschiff. Und, ah! Leider da hinten vorbei. Da vorbei, vorbei. Okay, jetzt drehen wir mal hier. Soll ich kurz gucken? Kann ich den einen reindrücken? Ja, klar. Und? Ah! Lebt leider drüber. Das ist aber auch schnell. Ah, schade für den Ball. Ah, jetzt kommen aber unsere Jungs hier. Ah, da ist der andere. Komm ab. So, jetzt schauen wir mal schnell nach hinten, liebe Leute. Kann ich irgendeinen versuchen, Schaden anzuknöpfen hier? Ne, die sind schon wieder alle weg. Dann drehen wir einmal. Ah, also diese kleinen Schiffe sind verdammt schnell, ey. Die kriegst du ja fast gar nicht. So, den hat er nicht gekriegt. So, jetzt müssen wir den eingeben. So, kennt ihr den da? Kennt das Schiff da vor mir? Habt ihr das schon mal gesehen? Das ist ein kleines Schiff. Darüber müsste man sich mal unterhalten. Und zwar so. Oh, oh. Oh, daneben wieder. Oh, der weg ist. Hau ab, du Idiot. Der rammt mich einfach hier, der Sack. Also, das war ein ganz schönes Gemetzel hier. Ja, zwei Stück leben noch von euch. Schlimm genug. Oh, was hab ich jetzt gemacht? Ach, scheiße, ey. Das mit den Bergen. Ja, das ist immer kacke, wenn man nach vorne nach hinten guckt. Wollt ihr es kommen? Hallo? Oh, Mann. Gleichfalls senke ich mich selbst, oder? Hallo? Boah. Ja, ich glaub, ich hab da ein Problem. Mein Schiff ist gestrandet hier. Ich hab mein Segel auch zerstört. Die Crew hat sich umgebracht. Ja, ich seh's grad. Ich hab alles zerstört. Wenn, dann mach ich alles kaputt. Ist der wohl logisch? Oh, jetzt haut der ab in dem Moment, wo ich draufdrück. Du dreckiger Sack-Kanonen-Laden. Komm, ich will dir eine geben hier. Ah, der ist schon voll. Oh, ein Dreck ist er. Aber Glückwunsch. Ja. Ihr habt nur ein Schiff verloren. Ja, ein paar Mal hab ich getroffen. Na gut, ihr habt doch ein Level 21er dabei gehabt. Allein das schon wieder. Hm. Hm. Und dieses Matchmaking, das müsste echt noch überarbeitet werden. Definitiv. Das ist einfach nur nicht ausgereift. Auf jeden Fall. Schade. Aber schön, dass du mal wieder gewonnen hast. Genau, dann kann ich mir endlich mal was kaufen hier. Vielleicht sogar ein neues Schiff, liebe Leute. Das wär natürlich mein... Oh Gott. Nur 2... Nur 20... Äh, nur 60 Ruhm bekommen. Es reicht leider noch nicht. Genau 40 Ruhm fehlt mir noch. Also eine Schlacht. Aber ich hab ne neue Kanone und ne Level hab ich bekommen. Aber ich hab immer noch keinen komischen Punkt zum aussuchen. Sehr schön. Kann ich die Kanone wechseln? Ne, das geht nicht. Okay. Sonst hab ich nix hier, was ich hier reinstecken kann. Ne, leichte Salve und sowas. Aber das kostet mich zu viel Geld. Okay, dann würd ich sagen, das war's schon, oder? Ja, das war's leider schon. Dann... Für heute. Aber es geht auf jeden Fall weiter. Guckt bei mir, guckt beim Ravano auf die Seite. Das ist auf jeden Fall sehr lustig. Oh ja, das macht so Spaß. Gib's like, Kommentare. Und ich freu mich auf jeden Fall fürs nächste Mal, wenn's dann wieder heißt, Wind of Luck Arena. In diesem Sinne... Oh ja, ich freu mich. Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch. Bis dann, ciao.